Der Zug zur Wache setzte sich langsam fort, begleitet von einem unsicheren, aber dennoch erleichterten paar Goblins, das sich zwischen den Helden bewegte. Agro und Brutax waren unruhig. Ihre kleinen Gestalten hoben sich deutlich von der markanten Präsenz der Helden ab. Die beiden Deserteure hielten sich nahe beieinander, als suchten sie Schutz in ihrer Verbundenheit, während sie nervös die Umgebung beobachteten. Der Zwerg, Fagrim Fireforge, beobachtete Rogar Shamash im Wagen, wie er auf den feinen Bettdecken schnarchte. »Roga schläft immer noch. Palaius, ist das etwa ein Zauber von dir?« fragte er mit einem skeptischen Blick in Richtung des schlafenden Paladins. »Nein, nein, nein«, entgegnete der Barde leichtfüßig, während er um die Gruppe herumtänzelte. »Er ist wohl einfach nur müde. Er wird von den Geschehnissen sicher früh genug erfahren.« antwortete er mit einem Hauch von Gelassenheit in seiner Stimme, als er die anderen mit seiner Selbstsicherheit zu beruhigen versuchte. Der Himmel hatte sich bereits rot gefärbt, als die Helden endlich Heisen erreichten und die von Sonne erhitzten Straßen des kleinen Ortes betraten. Ein verwittertes Schild, das an einem knorrigen Pfahl befestigt war, wies mit rostigen Pfeilen auf die Richtung der drei Wachen hin. Die Nebelwacht im Norden, die Alte Wacht im Südwesten und die Alte Wacht am Fluss im Osten. Die Straßen waren belebt mit einer Vielzahl von Goblins, die in und aus den Gebäuden strömten. »In welche der Wachen müssen wir denn nun?« fragte der Zwerg etwas genervt von dem Treiben um ihn herum. »Zur alten Wacht.« erwiderte Kursk, der sich noch sehr genau an den Befehl des Kommandanten erinnerte. »Aber es gibt zwei alte Wachen, die am Fluss und die nicht am Fluss.« erwiderte der Zwerg. Palaios überlegte nicht lange und deutete auf eine Taverne, die sich zur dicken Kuh nannte. »Dort fragen wir nach. Wir brauchen sowieso noch etwas zu trinken für den Rest des Marsches.« Der Zwerg lachte fröhlich auf. »Da gebe ich dir recht, Musik.« Sie machten sich auf den Weg zu der Taverne und passierten zuerst ein Goblin-Hotel am Straßenrand. Die niedrige Deckenhöhe und die kleineren Zimmer zeugten von der Fähigkeit, eine große Anzahl von Goblins zu beherbergen. Das Hotel schien lebhaft zu sein mit Goblins aller Altersgruppen, die ein- und ausgingen, manche in Eile, andere in entspannterem Tempo. Die Architektur der meisten Gebäude in Heisen war von altertümlicher Struktur geprägt und viele Häuser, die schon hunderte von Jahren existierten, zeigten Zeichen von Verfall und Vernachlässigung. Infolge des Krieges waren fast ausschließlich Männer zurückgeblieben, die nicht kriegstauglich waren. Die meisten jungen und kampffähigen Männer waren eingezogen worden und diejenigen, die übrig geblieben waren, hatten eine Vielzahl von alltäglichen Aufgaben übernommen, um den Ort am Laufen zu halten. Neben der Taverne zur dicken Kuh gab es außer einem kleinen Alessandro-Tempel, der offenbar immer noch viele Anhänger anzog, noch einige Geschäfte, darunter ein paar Läden mit schäbigeren Auslagen, die dennoch die Grundbedürfnisse der Dorfbewohner erfüllten. Ein Hafen mit einigen kleinen Booten und Schuten, die an Landlagen, zog sich entlang des Flussufers, während ein großes, heruntergekommenes Lagerhaus, das an der Hafenpromenade stand, den Fluss überragte. Ein markantes Gebäude, das die Blicke der Helden anzog, war das Haus des Bürgermeisters, das über allem thronend, eine Aura von Autorität und Macht ausstrahlte. Es war ein imposantes, wenn auch altertümliches Gebäude, das einen starken Kontrast zu den heruntergekommenen Häusern der Gegend bildete. Einige Goblins standen an den Straßenecken und diskutierten lautstark über verschiedene Themen, während andere geschäftig in ihre täglichen Routinen eingebunden waren. In der Taverne zur dicken Kuh breitete sich das schummerige Licht aus, beleuchtete die alten Holzwände und die abgenutzten Tische, an denen die Dorfbewohner und Gäste saßen. Es war eine gemischte Gesellschaft von Goblins und ein paar wenigen Menschen, Orks, Elfen und Zwergen. Der Geruch von Bier und geröstetem Fleisch hing in der Luft, während laute Gespräche und Gelächter von den Wänden widerhalten. Inmitten der Taverne erhob sich Palaios Music, seine Laute fest umklammend, seine Hörner im fallen Licht, der Öllampen schimmernd. Er hatte sich bereits auf die Chance gefreut, endlich wieder vor einem größeren Publikum zu spielen und begann mit leidenschaftlicher Hingabe eine Melodie zu weben, die von Abenteuern vergangener Tage und den Legenden vergessener Helden erzählte. Seine rauchige Stimme durchdrang den Raum, als er eine stürmische Hymne der Tapferkeit und des Mutes anstimmte. Die Gäste unterbrachen ihre Gespräche und richteten ihre Blicke auf den Baden. Auf den Schwingen des Dornes, durch das Licht der brennenden Welt, erhebt sich der Drache über das Himmelszelt. Während Palaios mit seinem eindringlichen Gesang und der kraftvollen Melodie das Publikum verzauberte, begaben sich Kursk und der nackte Zwerg Fagrim zu dem Wirt, um sich nach der Wache zu erkundigen. Der Wirt, ein alter, wettergegerbter Mann mit einem skeptischen Blick, strich sich über seinen fettigen Bart und musterte die beiden auf ein Schild an der Wand deutend, auf dem »Kein Hemd, keine Schuhe, keine Bedienung« stand. Er machte so unmissverständlich klar, dass es in seiner Taverne Pflicht sei, Schuhe und Hemden zu tragen, und sein Blick fiel mürrisch auf den nackten Zwerg. Währenddessen entfesselte Palaios eine leidenschaftliche Energie, die den Raum erfüllte. Die Melodie begann sich zu entfalten, reich an epischen Wendungen und dramatischen Klängen, die von fernen Reisen und heldenhaften Schlachten kündeten. Ein Krieger der Lüfte, majestätisch und fern, seine Präsenz im Himmel, wie ein verblühender Stern. In dieser Taverne tragen Gäste Schuhe und Hemden, das ist die Rede. Der Blick des Wirtes ruhte ernsthaft auf dem nackten Zwerg, der ihm grimmig entgegenblickte, als wäre er bereit für eine Auseinandersetzung. Die Gäste der Taverne lauschten währenddessen gebannt dem Spiel des Baden und ließen sich von der Musik mitreißen. Der kleine Mann möchte auch nichts trinken, sprach Kursk etwas lauter, um den Gesang des Baden zu übertönen. »Wir wollen wissen, welche der Wachen hier unbesetzt ist.« Der Wirt musterte Kursk. »Warum wollt ihr das wissen?« fragte er dann misstrauisch, seine Augen prüfend auf Kursk gerichtet, der auf seinen Wappenrock deutete. »Wir haben Befehle, eine unbesetzte Wache zu besetzen, haben aber festgestellt, dass es hier nur so vorwachend zu wimmeln scheint.« »Ware, Metallkrieger, tapfer und bereit, für den Ruhm und die Ehre im kühnen Streit.« »Sie durchstreifen das Land mit Augen der Wahrheit, ein Bündnis aus Metall für Stärke und Freiheit.« »Beginnen Sie den Streit«, sang Palaios, während Mr. Chuchu wild und ausgelassen auf den Tischen und Bänken tanzte. Seine kleinen, behenden Bewegungen passten perfekt zur Musik des Baden und verliehen der Szene eine zusätzliche Portion Unterhaltung. Der Affe bewegte sich mit umgezügelter Energie, sprang hin und her und drehte sich in wilden Wirbeln, als ob er die Melodie im Herzen spürte. Der Wirt verengte seine Augen, ein Schatten der Besorgnis legte sich über sein Gesicht, als er Kursk intensiv ansah. »Es gibt eigentlich nur eine Wacht hier. Die anderen Wachen sind Holzbefestigungen, die von Söldnern des Bürgermeisters besetzt sind.« »In den Fluten des Vergessens, dort am finsteren Rand, liegt die alte Wacht am Fluss. »Vom Geisten heimgesucht, von der Welt verbannt.« Palaios kraftvolle Stimme drang durch die Taverne, begleitet von leisen Klängen seiner Laute. Eine Ballade, die die Atmosphäre der Dunkelheit und des Grauens zu beschwören schien. Der Wirt schaute unheimlich berührt zu dem Baden, der sich nun unter immer leiser werdenden Lautenspiel dem Wirt näherte. »Sie ließen Schmuggler ziehen für einen Goldthaler, erwartete sie los eingemauert in die Wache, wo Schatten sie umziehen für einen Goldthaler.« Sang der Barde, jetzt an der Theke stehend, den Wirt zunickend, woraufhin dieser konsterniert beipflichtete. »Ja, ja, in der alten Wacht am Fluss wurden die Wachleute eingemauert, damals als der alte Zirkan noch im Amt war.« »Der Dunkelheit gefangen, in ewiger Einsamkeit, lebendig begraben, empfingen sie die Dunkelheit.« Fuhr der Barde fort, sein Ton düster. »Ihre lastlosen Seelen scheinen ihr Ableben nicht erfasst zu haben und sind bis heute an die dumpfen Gemäuer gebunden.« Palaios Musik untermalte die Erzählungen mit leisen Klängen seiner Laute, die durch die sonststille Taverne heilte, bevor ein lauter Knall die Leute in der Taverne zusammenzucken ließ. Es war Kusks Faust, die er auf die Theke niedersausen ließ. Er knurrte verächtlich. »Urnuk, mit diesem Hokus-Pokus, wir haben einen Befehl, den wir ausführen sollen.« »Stimmt«, warf der Zwerg bestimmt ein. »Wir sind schon seit gut einer Viertelstunde in dieser Taverne und haben noch nichts getrunken. Herr wird Bier für mich und meine Begleiter.« Der Wirt, der so hin- und hergerissen war, ignorierte die Regeln auf seinem Schild und begann der Gruppe Bier auszuschenken. Kusk schaute den Zwerg mürrisch an, der sich die Lippen nach einem frischen Bier leckte. Palaios winkte die zwei Goblins herbei, die sich eilig mit an die Theke stellten. »Was ist eigentlich mit Roga?«, fragte Kusk. »Schläft er immer noch im Karren?« Der Zwerg nickte und erwiderte. »Er hat zumindest noch nicht angefangen zu stinken.« Als der Wirt die Krüge mit schäumendem, goldenem Bier füllte und die leicht vor Kondensation perlenden Bierkrüge dann vor die Gefährten auf die polierte Theke stellte, wendete sich Kusk an den Baden. »Wie konntest du von der Geschichte der Wache wissen? Das war irgendein seltsamer Zauber, nicht wahr?« Der Barde lachte und schüttelte den Kopf. »Nein, mein einfacher Freund, ich bin bewandert in den Liedern und Geschichten unserer Welt. Die Geschichte fiel mir ein, als der Wirt die Wacht erwähnte.« Kusk nickte und mit einem Anstoßen der Krüge und einem lebhaften »Prost« fingen die Gefährten an, das Bier zu genießen, Kusk ließ auch sein Äffchen trinken, das sich fröhlich auf seiner Schulter sitzend an der Unterhaltung beteiligte. »Trink, du kleiner Schelm, du hast dir das ganze Gasthaus mit deinem Ungehüpfe unterhalten.« flüsterte Kusk, während er liebevoll das Köpfchen des Affen kraulte, der gierig das kühle, herbe Bier aus dem Krug trank. Als ihr erstes Bier geleert war, machten es sich die Gefährten an einem der robusten Holztische bequem. Nachdem sie sich niedergelassen hatten, entdeckte Fagrim die kleine Tafel an der Wand, auf der in krackeliger Schrift mehrere Gerichte angeboten wurden. »Ich denke, ich werde Ritterbraten nehmen.« Kusks Gesicht verfinsterte sich. »Wir haben Proviant dabei, und wir sollten uns wirklich auf den Weg.« Doch bevor er seine Gedanken beenden konnte, unterbrach ihn Palaios mit fröhlichem Enthusiasmus, »ich werde die Wurstplatte Rügenwald nehmen, und meine zwei Goblins können wohl einen Grillteller vertragen.« Kursk seufzte resigniert, und der Zwerg schnipste die Bedienung herbei, um die Bestellung aufzugeben. Die kleine Bardame, mit einem auffallend roten Zopf und einem farbenfrohen, von Abenteuern gezeichneten Umhang, strahlte eine ansteckende Freude aus, während sie die Bestellungen aufnahm. Ihre Augen funkelten neugierig, als sie sich zu den Helden gesellte, um ihre Bestellungen aufzunehmen. »Ah, eine Gruppe von Soldaten, die für unsere schöne Heimat kämpfen. Wie ich sehe. Wart ihr schon einmal in unserem kleinen Dorf?« Ihre Stimme war melodisch und Palaios, der immer ein offenes Ohr für Geschichten hatte, begann mit einem breiten Grinsen. »Ja, wir sind hier, um für unsere schöne Heimat in den Krieg zu ziehen. Aber zuerst müssen wir uns stärken, nicht wahr?« Kursk raunte leise. »Schön wär's. Verrotten in einer stinkenden Butze, das werden wir.« Die Goblin-Dame lachte. »Ach, da kann es jemand nicht abwarten, den Kopf von den Schultern geschossen zu bekommen.« Fuhr dann aber ernst fort. »Ihr würdet diesem Dorf wirklich einen Gefallen tun, wenn ihr den Spukgeschichten von der alten Wache am Fluss ein Ende setzen würdet.« Kursk rang sich ein Lächeln ab. »Wir werden uns um diese Gespenster kümmern.« Die Bedienung erwiderte Kursks Lächeln höflich. »Gut. Aber nun, ihr seid hier in der dicken Kuh, einem der besten Gasthäuser in Heisen. Ich bin sicher, ihr werdet eure Zeit hier genießen.« Sie setzte sich an den Tisch, ihre verspielten Zöpfe leicht schwankend. Der Zwerg schaute schockiert, als sich die Bedienung einfach zu ihnen setzte und bemerkte mit wütend aufgerissenen Augen, »Ich kann mir schon vorstellen, warum mir, obwohl die einzige Taverne im Dorf nur eine der besten seid, wenn sich die Bedienung zu den Gästen setzt, statt sie ihnen essen zu bringen.« Die Goblin-Dame stand eleganter auf, als es ihre kleinwüchsige Gestalt vermuten ließ, lächelte und sagte, »Ach, da habe ich mich hinleißen lassen.« Sie betätschelte den Bauch des Zwerges. »Ich sehe schon, dass ihr fast am Verhungern sein müsst.« Und verschwand in die Küche. Das Gesicht des Zwerges verriet, dass er vor Wut zu kochen begann und Kursk lachte still in sich hinein. Kurze Zeit später strömten Gerüche von brutzelndem Fleisch, frisch gebackenem Brot und aromatischen Gewürzen aus der Küche und erfüllten den Raum mit einem verlockenden Duft. Als die Gerichte fertig waren, balancierte die Goblin-Dame geschickt eine Vielzahl von Tellern und Platten, die mit dampfenden, köstlich duftenden Speisen beladen waren, zu ihrem Tisch. Die Platten waren prächtig dekoriert mit kleinen Petersilisch-Sträuschen, frischen Zwiebeln und frisch geriebenem Meerrettich. Fagrim griff nach seinem dampfenden Ritterbraten, der mit einem dicken Knödel und Kraut serviert wurde, und beobachtete die Bedienung mit einem anerkennenden Nicken. »Das wurde aber auch Zeit,« meckerte er zufrieden. Palaios, der Barde, genoss nicht nur seine Wurstplatte mit frischgebackenem Bauernbrot und einem dicken Stück Butter, sondern begann auch, ein fröhliches Lied über mutige Helden anzustimmen. Agro und Blutax klatschten dazu im Rhythmus, während sie sich über ihren Grillteller hermachten, und sogar Mr. Chuchu, der Affe, klopfte mit seinen kleinen Füßen auf den Tisch, während er eine Teewurst aß, die er sich mit einem traurigen Blick von Palaios geschnorrt hatte, während Kursk vergorene Milch und Stockfisch aus ihren Rationen kaute. Die Taverne brummte vor Leben, während die Gefährten in fröhlicher Runde saßen, ihr Essen genossen und die alten Bilder und Trophäen, die an den Wänden hingen, bewunderten. Plötzlich legte jemand dem Zwerg eine Hand auf die Schulter. Fagrim, der sich sofort bedroht fühlte, wirbelte wütend herum, nur um in das gewinnende Lächeln eines elegant gekleideten Mannes zu blicken. »Ich sehe, wir haben Soldaten der Königin in unserem kleinen Dorf«, sprach der Mann mit einem eingefrorenen, höflichen Lächeln. Seine Worte trugen eine unterschwellige Botschaft, die von einer Aura der Macht und Gefahr umgeben war. »Mir wurde schon mitgeteilt, dass Vewoda Doga es für eine gute Idee hält, seine Soldaten in einem heruntergekommenen Wachhaus zu verstecken, statt sie an die Front zu schicken.« Kursknurrte. »Der Heermeister wird seine Gründe haben uns hier zu stationieren. Ihr solltet euch hüten, seine Befehle in Frage zu stellen.« Der Mann lächelte nun Kursk an und bewegte sich raubtierhaft um den Tisch. »Oh, da haben wir ja einen braven Soldaten. Nicht einmal in seiner Freizeit versteht er einen Spaß über seinen geliebten Heermeister, für den er ohne zu fragen in den Tod laufen würde.« Der Mann lachte, Kursknurrte. »Ich weiß zwar nicht, für was du herausgeputzter Furz dich hältst, aber ich kann dir sagen, dass du dich gerade auf ziemlich dünnen Eis bewegst.« Der Mann lachte laut, fast herausfordernd, und wandte seinen Blick von Kursk auf die gespannt lauschenden Tavernengäste. »Dieser junge Mann hat wirklich Mut.« Er zeigte auf Kursk und schaute ihn dann mit einem stechenden Blick an, wobei sein Lächeln eher einem bedrohlichen Zähnefletschen glich. »Wenn dir die Armee einmal zu langweilig werden sollte, hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Mein Name ist Pairan Zikan, und ich habe das Privileg, als Bürgermeister dieses kleinen, aber feinen Ortes heißen zu fungieren. Und in dieser Funktion habe ich die ehrenvolle Aufgabe, euch in unserer Gemeinde willkommen zu heißen.« Seine eisigen Augen durchmaßen jeden der Gefährten, während er seine Worte mit einer Prieße Drohung würzte. »Wir schätzen den Schutz der Königin und ihre tapferen Soldaten, auch wenn wir durchaus selbst in der Lage sind, mit Schurken und Vagabunden zu verfahren.« Nach seinem provokanten Auftritt und seinen scharf formulierten Worten bewegte sich der Bürgermeister mit anmutiger Leichtigkeit zum Tresen. Seine Gestalt schien sich in den Schatten und dem goldenen Licht der flackernden Lampen zu verlieren, während er sich mit einer beinahe unheimlichen Ruhe durch die Menschenmenge bewegte. Sein Blick, von einem schelmischen Funkeln durchdrungen, glitt über die Taverne, erfasste die Anwesenden und schien ihre Gedanken zu lesen. Mit einer Eleganz, die an eine getanzte Melodie erinnerte, bestellte er sich einen Schnaps. Als das funkelnde Getränk vor ihm stand, umfasste er das Glas mit einer kaum wahrnehmbaren Finesse. Sein Lächeln, das zuvor freundlich und gewinnend war, wurde nun zu einem subtilen Ausdruck einer unbenannten, tieferen Absicht. Mit einer Stimme, die wie ein leises Flüstern klang und dennoch jedes Ohr im Raum erreichte, begann der Bürgermeister seine Ansprache. Sein Tonfall war geschmeidig, fast wie der Tanz einer sanften Brise über das Grasfeld. »Meine werten Gäste, Bewohner und jene, die zu uns gefunden haben«, begann er, während seine Augen die Anwesenden durchdrangen, »Paisen, ein Juwel inmitten der Wirren, ein Ort, an dem die Schönheit der Natur mit der Wärme der Herzen verschmilzt.« Seine Worte trugen eine Art Magie in sich, eine Poesie, die die Zuhörer gefangen nahm und sie in eine Welt des Wohlwollens und der Gelassenheit entführte. »Seht ihr nicht die Weiten unserer Felder, die von goldenen Sonnenstrahlen geküsst werden? Fühlt ihr nicht den Frieden, der in unserer Gemeinschaft wie ein vertrautes Lied erklingt?« Jeder Satz, den er sprach, schien einladend wie eine warme Umarmung und gleichzeitig bedrohlich wie das unheilvolle Knurren eines entfernten Gewitters. »Lasst uns diese Nacht feiern. Die Einheit und die Schönheit, die uns hier zusammenbringt. Trinkt auf das Wohl von Heisen, auf die leuchtenden Augen der Kinder, auf das Lachen der Alten und auf die Treue unserer Stadt, die wie ein Fels in stürmischen Gewässern steht.« Während der Bürgermeister sprach, spiegelten sich verschiedene Reaktionen in den Gesichtern der Gefährten wieder. Fagrim musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. Die zwei Goblins lauschten aufmerksam. Kurs kielt seinen Blick unverwandt auf ihm ruhen und Palaios lauschte mit einem Ausdruck vorsichtiger Faszination. Selbst Mr. Chuchu, das Äffchen, beobachtete die Szene leicht schwankend, während es die Reste des Biers aus den Krügen seiner Gefährten trank. Schließlich hob der Bürgermeister sein Glas, und sein Lächeln wurde breiter fast wie das eines freundlichen Nachbarn, der eine Einladung zu einem festlichen Abendessen ausspricht. »Ein Toast auf Heisen, auf die unvergleichliche Schönheit, die unser Dorf umgibt, und auf die enge Gemeinschaft, die uns in diesen schwierigen Zeiten stärkt. Auf das ehrwürdige Versprechen meiner Familie, dieses Dorf zu beschützen, ein Versprechen, das wir gewissenhaft bewahren werden.« Sein Trinkspruch, auch wenn er die Magie und den Zauber von Heisen in Worte fasste, trug eine greifbare Malignität mit sich, die wie ein flüchtiger Geist durch seine Worte sickerte. Kaum hatte er seinen Schnaps getrunken, folgte sein Abschied, obwohl höflich und freundlich, hinterließ in der fröhlichen Atmosphäre der Taverne eine spürbare, undefinierbare Spannung. Es war, als hätte der Bürgermeister mit seinem Abgang eine unsichtbare Warnung hinterlassen, die in der Luft schwebte, als er die Taverne durch die Tür verließ. Die Atmosphäre in der Taverne war jetzt weniger ausgelassen, die Gefährten saßen an ihrem Tisch und spürten den plötzlichen Wandel in der Stimmung. Kurs klärte sein Bier und wandte sich an seine Begleiter. »Machen wir uns vom Acker.« Der abrupte Vorschlag versetzte den Barden Palaios in Panik. »Aber ich dachte, wir bleiben heute Nacht hier. Ich habe noch gar nicht alle meine Lieder spielen können.« Seine Augen weiteten sich vor Sorge. Fagrim, der Zwerg, lachte heiser. »Wer bezahlt eigentlich für dieses Gelage hier?« Seine Worte ließen die anderen verstummen, während die beiden Goblins, Agro und Bluthaxt, nervös hervorstammelten. »Wir haben kein Geld dabei.« Kursk seufzte und schüttelte den Kopf, seine Geduld zunehmend erschöpft. »Das kann doch nicht wahr sein,« knurrte er. Der Barde, mit einem mageren Haufen Kupferstücke vor sich liegend, versuchte vergeblich zu beschwichtigen. »Vielleicht reicht es ja für unser Essen und ein paar Bier.« Der Zwerg betrachtete die dürftige Menge an Kupfermünzen und schüttelte ungläubig den Kopf. »Kursk, gereizt«, fuhr fort. »Verdammt noch mal, haben wir alle kein Geld dabei.« Der Zwerg lachte sarkastisch. »Ich bin sicher, dass Roga uns zum Essen einladen möchte.« Ein Hauch von Verständnis huschte über die Gesichter der Gefährten, während Agro und Bluthaxt skeptisch dreinschauten. »Aber er hat doch nicht mit uns gegessen,« äußerte Agro vorsichtig seine Bedenken. Kursk knurrte weiterhin umgehalten. »Aber wir haben ihn doch bis zu diesem choleraverseuchten Nest geschleppt, obwohl er die ganze Zeit im Karren pennt. Ein bisschen Dankbarkeit wäre angebracht.« Entschlossen ergriff der Zwerg die Initiative. »Ich werde das Geld holen,« verkündete er und stand auf. So entschlossen der Zwerg wirkte, so unsicher und unruhig war die Stimmung in der Taverne. Die Freude und das fröhliche Geplauder hatten einem beunruhigenden Schweigen Platz gemacht. Die Blicke der Tavernengäste folgten dem nackten Zwerg, dessen Haut von einer Kruste aus Dreck und altem Blut bedeckt war, während er die Taverne verließ. Die Nacht war finster und mondlos. Eine Wolke aus Mücken tanzte um die Straßenlaternen, die ein schwaches Licht auf das Pflaster warfen. In der Ferne hörte man das vertraute Gemurmel des Dorfes und das Klirren von Geschirr aus der Küche der Taverne. Der Zwerg schritt entschlossen durch die Dunkelheit und erblickte bald den Karren, der unberührt am Rande der Straße stand. Ein alter Klepper, der neben ihrem Esel an einer Tränke angebunden war, schnaubte erschrocken, als er den durch die Dunkelheit schleichenden Zwerg bemerkte. Fagrim trat auf den Karren zu und blickte hinein, um im Inneren ein friedliches Schnarchen zu hören. Der Schlaf des Paladins Roga schien ungestört. In der Dunkelheit der Nacht war das schwache Leuchten der Münzen im Geldbeutel zu erkennen. Der Zwerg zögerte nicht lange und ergriff den prallgefüllten Geldbeutel des Paladins. »Großer Anführer, wir brauchen etwas Geld, um unsere Unkosten für Speis und Trank zu decken. Wir bitten, um Erlaubnis aus der Gemeinschaftskasse bezahlen zu dürfen«, meldete der Zwerg heiter vor dem schlafenden Roga salutierend. Roga schnarchte bestätigend, und der Zwerg schlug fröhlich seine Hacken zusammen, bevor er eilig ein paar Goldstücke aus dem Beutel herauskramte und ihn wieder an seinem Platz legte. Mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht kehrte Fagrim zurück in die Taverne, um die Rechnung aus der Gemeinschaftskasse zu begleichen. Kurze Zeit später machten sich die Gefährten auf den Weg zur Wache. Doch die düsteren Geschichten, die sie in der Taverne von der Wache gehört hatten, blieben wie ein Schatten in ihren Gedanken haften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017